Wir sind für eine umweltfreundliche Landwirtschaft, von der Landwirtinnen und Landwirte gut leben können. Wir wollen, dass Landwirtschaft und Naturschutz Hand in Hand geht. Der Weg, Masse, 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 immer über den Preis die Entwicklung voranzutreiben, ist der falsche Weg gewesen. Wir wollen Qualität in den Mittelpunkt stellen. Qualität, das bedeutet immer auch Umweltbewusstsein und ein ethischer Umgang mit den Tieren. Wir brauchen in Thüringen eine neue Landwirtschaftspolitik. Und zwar eine Politik weg von der industriellen Lebensmittelproduktion hin zu einer ökologisch ausgerichteten Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft, die ohne den Einsatz von Ackergiften auskommt und die einfach Naturzusammenhänge mehr in den Fokus rückt. Dafür kämpfen wir, dafür stehen wir.